Ja, willkommen zurück. Wir sind der Digitalblog. Wir sind heute für euch unterwegs auf der Potsdamer Konferenz für nationale Cybersicherheit und wir haben die Gelegenheit zu sprechen mit Sinan Seelen, dem Vizepräsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz. Schön, dass Sie hier sind. Schön bei Ihnen zu sein. Ja, Herr Seelen, uns würde interessieren, welche Bedrohungen durch Cyberangriffe Sie derzeit für Deutschland sehen vorrangig? Eine ganze Bandbreite an unterschiedlichen Bedrohungen. Zum einen kommen wir zu den Akteuren. Wir haben es mit staatlichen Akteuren zu tun und Cyber-Aktivisten, Hacktivisten, aber auch Cyber-Crime-Gruppierungen. Das heißt also, schon auf der Täterseite haben wir ein sehr breites Spektrum. Wenn wir uns angucken, wer angegriffen wird, genauso breit. Wir haben Angriffe hinsichtlich der Industrie, unterschiedlichste Bereiche. Nehmen sie eher im Space-Bereich beispielsweise KI, Forschungseinrichtungen. Da tut sich ziemlich viel. Wir haben Angriffe aber auch auf Politik und Verwaltung. Die einzelnen Sachverhalte sind Ihnen bekannt. Ghostwriter ist da ein großes Thema gewesen vor einigen Wochen und Monaten beispielsweise. Wir haben aber auch darüber hinaus Hack-and-Leak-Operationen, Desinformations-Operationen, die im Endeffekt fließend in hybride Bedrohungsszenarien gehen, wo eher die IT-Komponente ein Tool ist für eine Gesamtagenda, die sich dann anschließt. Ja, jetzt haben Sie es ja schon gesagt, Angriffe auf Politik und Verwaltung. Uns interessiert natürlich auch, welche Maßnahmen das Bundesamt für Verfassungsschutz ergreift, um die Cybersicherheit speziell der Bundesbehörden auch zu erhöhen. Es gibt da drei Aspekte, die unheimlich wichtig sind. Das eine, nicht in Zuständigkeiten, sondern in Fähigkeiten denken. Das ist so ein Stück weit Cyber-AZ, Cyberabwehrzentrum. Wir haben das Bundeskriminalamt, die sich sehr stark mit Cybercrime beschäftigen. Wir haben das BSI, stark im Bereich Cybersicherheit unterwegs. Und wir sind die Cyberabwehr, wo es vornehmlich um staatliche Operationen geht, die sich gegen Deutschland richten. Wenn Sie die Fähigkeiten zusammenführen, und das tun wir im Cyber-AZ, dann, glaube ich, sind wir ziemlich reaktionsfähig und vor allem schnell reaktionsfähig. Bei Angriffen kommt es darauf an, schnell zu reagieren. Da ist Cyber-AZ eine ganz zentrale Komponente. In dem Zusammenhang, was machen wir? Wir sind die Cyber-Abwehrbehörde, die sich damit beschäftigt, zu erkennen, das ist ein staatlicher Angriff. Welcher Akteur steckt dahinter? Und wie fügt sich das in eine Gesamtagenda ein? Weil ein Cyber-Angriff ist nie isoliert, wenn es staatlich geschieht, sondern da haben wir es mit einer Kampagne zu tun, die mitunter, wo ein Cyber-Angriff mitunter die Overtüre zu einer größeren Aktion darstellt. Ja, Sie sind vermutlich im Laufe der Konferenz auch schon auf Ralf Herbrich gestoßen, unseren Experten für künstliche Intelligenz. Wir möchten natürlich auch von Ihnen wissen, wie sieht denn das Bundesamt für Verfassungsschutz die zunehmende Bedeutung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen im Bereich Cybersicherheit? Ich glaube, das ist eine Chance. Es wird ja sehr stark auch als Kritik geäußert im Sinne von, das ist eine Bedrohung, es ist zu komplex, es wird nicht mehr beherrschbar. Ich glaube, es ist eine große Chance, die sich hier bietet, weil wir händisch im Endeffekt in der Früherkennung, in der Detektion beispielsweise, gar nicht mehr hinterherkommen. Diese Bedrohung und die Vorfälle haben eine Dimension angenommen, wo wir manuell gar nicht weiterkommen. Machine Learning und künstliche Intelligenz kann hier eine Hilfe sein, wenn wir im Endeffekt die Anwendungen hier sehr klar definieren und die Bedarfe definieren. Also mehr Chance als Risiko. Ja, sehr interessant auf jeden Fall zu hören. So schön die künstliche Intelligenz auch sein mag, um den menschlichen Aspekt kommt man meistens dann doch nicht drum rum. Und deswegen hätten wir als abschließende Frage an Sie noch, welche Fähigkeiten und Kenntnisse denn für den Erfolg im Bereich Cybersicherheit unerlässlich sind und auch wie Sie als Bundesamt für Verfassungsschutz die Ausbildung von Experten in diesem Bereich fördern? Wir brauchen Experten. Wir haben Experten, die bei uns beschäftigt sind. Wir brauchen nachrichtendienstliche Skills, die ganz, ganz wichtig sind. Wir bilden auch unsere Mitarbeiter selber aus. Wir holen uns aber auch aus dem, in Anführungsstrichen, freien Markt Experten, beispielsweise im Bereich Cyber, die uns in der Cyberabwehr unterstützen und hier im Endeffekt uns professioneller auftreten lassen. Also wir brauchen verschiedene Skills. Wir brauchen eine Vielfalt in unserer Behörde und dementsprechend ist HPI da sicherlich auch ein gern gesehener Gast bei uns. Ich glaube, dass wir durchaus spannende Arbeitsfelder bieten, die insbesondere die Detektion von Cyberangriffen, aber auch die Reaktion auf entsprechende staatliche Aktivitäten angeht. Wir haben es mit sehr professionellen Gegnern zu tun. Das ist natürlich auch eine spannende Herausforderung, wenn man in diesem Themenfeld der Cyberabwehr und Cybersicherheit unterwegs ist. Wir melden uns damit ab von der Potsdamer Konferenz für nationale Cybersicherheit. Das war Sinn an Seelen für euch. Vielen Dank für das Interview. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.